Als feinfühlige Kommunikatorin arbeite ich lösungs- und zukunftsorientiert. Ich bin Corinne Binz, Geschäftsführerin von Bigotra GmbH. Für mich zählt nicht der schnell, sondern der nachhaltige Erfolg. Darum gehe ich individuell auf meine Kunden ein. Bigotra GmbH definiert sich durch Dienstleistungsbereiche Supervision, Coaching, Personalentwicklung und Seminar. Manchmal fühlen wir uns, als stehen wir im Schilfe. Das mal auf den ersten Blick alles so auszusehen. Mit einem Perspektivenwechsel erkennt ihr in der Supervision, dass es noch andere Sichtweisen gibt. Neue Sichtweisen ermöglichen euch, alles zu finden von neuen Verhaltens- und Denkweisen. Während Jahre werden Verhalten und Überzeugungen kreiert und gefestigt. Um diese nachhaltig zu verändern, muss die Situation bei den Wurzeln erfasst werden. Der Coaching-Prozess unterstützt, Unerwünschtes zu verändern und Neues zu ermöglichen. Die Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist wichtig. Ich unterstütze euch initiativ dabei, hier Brücken zu bauen. Manchmal ist es sinnvoll, Inhalt in einer Gruppe zu erlernen. Das fördert den Austausch, das Miteinander sowie das Verständnis füreinander. Meine Seminarsequenzen konzipiere ich passend auf eure Bedürfnisse und führe sie mit starkem Praxisbezug durch. Ich freue mich auch auf eurem Weg mit den passenden Instrumente zu begleiten. Nein, ich freue mich! Ich freue mich jetzt mit Wagner.